So, meine lieben Freunde, ich möchte euch heute auf ein sehr, sehr wichtiges und sehr, sehr interessantes Thema für die Gesellschaft, für uns alle in Deutschland aufmerksam machen. Und zwar handelt es sich um diese Frau. Und diese gute Dame ist in den letzten Tagen sehr, sehr extrem präsent auf allen Internetplattformen. Und überall in den News dominiert sie die Headlines. Und da habe ich mich natürlich auseinandergesetzt mit der guten Dame und wollte mal wissen, was sie denn so macht und wer das denn überhaupt ist. So Leute, also wie ihr uns vererkennen konntet, handelt es sich dabei um eine Spielerfrau. Eine Spielerfrau ist eine Frau, die mit einem berühmten Fußballer zusammen ist. Ich denke, das ist doch eine gute Erklärung. Und zum Thema berühmten Fußballer. Ich kenne den Mann nicht. Kennt ihr ihn vielleicht? Also, ich kenne den Mann nicht auf den Himmelen. escaping uns im Westen. Was ist so, wie ist dasiral? Ich reagiere an you, Assembly, in der Schweppartverhand毒, rauf und hammer? Ich berبي da importante. Hey enclosure dosare nicht leicht. Aber ja... Aber wir haben auch Representative fest...